Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Malink Badwin Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir wieder ein paar schöne Sachen gefunden. Sind gerade hier in der Nähe von Kakariko bei diesem Hühnerspiel, falls ihr euch erinnert. Und ja, im letzten Part haben wir ein bisschen versagt bei dem Hühnerspiel. Ich würde aber sagen, wir versuchen es jetzt nochmal, ob wir das schaffen. Wir haben auch ein bisschen Kohle bekommen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen es diesmal irgendwie mal auf die Ketten. Wir machen natürlich gleich die schwierigste Schwierigkeitsstufe, weil da bekommen wir glaube ich auch ein Item. Normalerweise glaube ich ein Herzteil. Und ich würde es halt gerne auf die Ketten kriegen. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Boah. Ist aber auch problematisch, ne? Wenn da so von der Seite so ein schnelles Huhn angesaust kommt. Unsere erste Runde war bis jetzt die beste. Oh Gott. Boah. Was willst du denn machen, wenn da 200 Hühner auf einmal kommen? Wahnsinn. Okay. Tralalalala. Okay. Nächste Runde. Es geht rein. In den Hühnerhagel. Und der Hühnerhagel. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Bapapa. Yay, wir haben es endlich geschafft, Leute. Cool. Hat ja auch nur 20 Jahre gedauert. So 150 Rubine kriegen wir? Kriegen wir noch was? Jo, und ein Herzteil. Naja, gut. Wenigstens haben wir es geschafft und damit ist das abgeschlossen. Cool. Naja, ich glaube, ich werde euch das ein bisschen zusammengeschnitten haben. Zu der Runde, wo ich es dann endlich geschafft habe. Heilige. Das war anstrengend, ey. Okay. Ähm. Ja, Schloss Hyrule ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal hin. Und hier müssen wir später, glaube ich, über die Schattenwelt noch rein. Und müssen ein bisschen was machen. Ähm. So, warte mal. Hier erstmal mal kurz andere Waffe ausrüsten. Zack, zack, zack. Gucken wir mal kurz, was wir hier machen können. Hallo. Der gibt mir auch was, oder? Oder später kriege ich da was. Ah, hier ist noch einer. Hallo. Ah, auch noch 20 Rubine. Schade. Ba, ba, ba. So. Ja, runter an den See können wir noch. Da habt ihr vollkommen recht. Da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Tötötötötötö. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal das Waldgebiet an. So. Auf jeden Fall auch irgendwo noch Mai Mai ist. Aha. Und es ist wieder ein normaler Mai Mai. Leider. Ja, wie gesagt, beim Schloss glaube ich halt auch, dass wir da noch was machen können. Aua So hier brauche ich glaube ich den Windstab Okay wir gehen mal kurz zum Schloss Aua Schralala ne Aber ich glaube hier hinten können wir auch was machen Oder Okay hier können wir uns zumindest ein Herzteil holen Zack Fehlt auch wieder nur eins Und dann haben wir schon Wieder äh neun Herzcontainer Ist doch ne feine Sache Ja Ne Ahnung Aua Leute Übertreibt's So haben wir hier noch Mai Mais Irgendwo Am Wegesrand Ja hier guck mal Zack Noch ein Mastererz Okay ich brüchte halt mal ein Schwert ne Äh dann kann ich mir das glaube ich in der Schattenwelt easy verbessern Aber Manu Okay Geh mal nochmal runter würde ich sagen Ach ja hier ist ja auch noch was Hier nicht Hier gibt es noch ein Herzcontainer Ne Ah, das war jetzt vertauscht. Okay. Alles klar. Ja, dann ist der Mai Mai wahrscheinlich unter den Dingern hier drunter. Kann ich mir grad nicht holen. Da fehlt mir noch der Windstab. Oh, aber ne Schatzkiste kriegen wir hier. Hallo. Ah. Okay, wir haben unseren Haben wir jetzt Hä, haben wir jetzt Verteidigung bekommen? Die Glocke hab ich mir übrigens auch noch nicht ausgerüstet. Haben wir jetzt extra Verteidigung bekommen? Kann ich das hier irgendwie auswählen? Ne, ne? Ne. Achso, das haben wir auch standardmäßig. Sollte ich vielleicht auch mal aktivieren. Und ein Schildhammer. So. Das sollte ich vielleicht alles mal ausrüsten. Beziehungsweise aktivieren. Äh. Warte mal kurz. Ich geh mal kurz hier ins Ausrüstungsmenü. Ach, mir fehlt noch ein Herzteil. Ach stimmt, wir haben ja grad 100 Rubine bekommen. Wir haben jetzt grad einen Herzcontainer bekommen, genau. Okay. Damit bin ich fein. Jetzt kann ich aber hier nicht weiter quasi mein Schwert verstärken, ne? In Anführungsstrichen. Weil das muss wahrscheinlich in der Schattenwelt gemacht werden. Mit den weiteren Master Ohren. Ohren. Düblüblüblü. So. Haben wir hier noch irgendwo was? I guess no. Okay. Wie gesagt, wir kontrollieren dann als nächstes die Schattenwelt, würde ich sagen. Aber wir gehen jetzt nochmal schnell runter. Zu diesem Wasserabschnitt. Und wenn wir den fertig haben... Na gut, in die Wüste könnten wir theoretisch auch noch, ne? Stimmt. Das können wir auch noch machen. Und da oben. Der ist auch wieder irgendwo unter so nem Stein, ha? Oder? Ja, bestimmt. Bestimmt sind die irgendwo unter den Steinen. Okay, ich geh erstmal kurz hier rein. Ähm... Hier ist auch einfach wieder ne Fee. Pa, 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 pa. Ja, 100 Pro unter so nem großen Stein ist noch so ein Mai-Mai. Aber da fehlen mir die verbesserten Handschuhe halt. Ja, Leute. Ich mach das erstmal... Ich mach das jetzt erstmal so. Erst... Okay, warte. Hier markier ich mir jetzt mal. Okay. Oh Gott. Nein. Hier markier ich mir mal den blauen. Dass hier einer unter Wasser ist, ne? So. Ich geh mir sonst noch einen. Ich höre noch einen. Da oben. Guck mal, den können wir uns auch holen. Was haben wir denn da? Auch wieder nur ein Monster-Teil. Okay, aktuell gönnen sie nicht so krass, ne? Die Mai-Mais. Hier müssten wir was wegsprengen. So, da haben wir gesagt, dann nehmen wir... Gelb. Zack. Okay. So, hier krieg ich noch ein Herzteil. Vielleicht. Womöglich. Und ich weiß, dass man hier was wegsprengen muss. Alter. Dieser Vogel. Wenn man kein Schwert hat, ist der mega nervig, ne? So. Pass auf. Jetzt machen wir hier nochmal... Zack. Auch in gelb. Dann gucken wir mal hier rein. Okay, hier kann ich nur Fackeln anzünden. Easy. Du... Du... Oh. Mai-Mai. Hallo. Haben wir schon 10 Stück. Heißt, wir könnten uns theoretisch bald was verbessern. So, ein Herzchen. Zack. Und noch ein Monster-Teil. Okay. Perfekt. So, schwimmen kann ich noch gar nicht. Das heißt, hier... Lohnt es sich aktuell auch gar nicht weiter... Intensiver ins Wasser zu gucken. Auch wenn ich weiß, dass da unten auf jeden Fall... Noch Sachen sind, Herzteile sind. Etc. Aber es lohnt sich halt aktuell einfach nicht. Da oben ist bestimmt Mai-Mai drunter gewesen. So, hier ist Schattenwelt. Ah, hier muss ich so ein Rennen machen, ne? Wohin muss ich das machen? 20 Rubine. Das muss ich da zu dem Haus machen, ne? Wo... Wo es zu den Geronen hoch geht, glaube ich. Okay, komm, ich mach mal. 75 Sekunden. Wird mir das angezeigt, die Zeit? Ja. Oh, was? Ich mach sogar... Schaden, wenn ich... Ja, das natürlich nicht. Oh nein. Hm, 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 hm. Oh, das war ganz gut. Do-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Okay, Halbzeit. Nein. Ich glaube, der Weg war schlecht. Ja, ich glaube der Weg war schlecht, den ich gegangen bin. Könnte aber trotzdem noch was werden. Shit. Nein. Time's up. Kacke. Das war echt knapp. Aber ich kann noch mal. Achso. Ja, das war schlecht. Ähm, was wäre eine gute Alternative als Weg? Ich weiß nicht. Hier auf jeden Fall einmal komplett durchrennen, ne? Das geht erstmal gut. So. Den außer Acht lassen. Und hier weiter rennen. Dö, 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 dö. Okay. Ich glaube, hier oben lang rennen ist gar nicht so eine schlaue Idee, ne? Hier vielleicht einfach nach links laufen? Das ist auch ein blöder Umweg. Ja, ich hätte da oben, da oben hätte ich lang gemusst. Ah, ich bin so doof. Ja, genau. Ich stehe halt einfach mitten im Weg rum. Stell mit dir. Oh, ein bisschen Kohle habe ich bekommen. Nee, nicht in den Wald. Hahaha, scheiße. Ich versau mir den Run selber. Ja, ich bin jetzt zweimal richtig beschissen gelaufen. Sorry, Leute. Ah. Nee, das war... Das war richtig dumm. Okay, Leute. Jetzt schaffen wir es aber. Jetzt schaffen wir es. Äh. Wir gehen auf jeden Fall da bei Schloss Hyrule hoch. Und dann links. So, hier ist erstmal easy durch Rennen, ne? So, dann hier. Da gehen wir vorbei. Hier runter. Hier links. Und dann weiter. Eigentlich sogar hier hoch, oder? Ne, da kann ich nicht hoch. Scheiße. Schon wieder Zeit verschwendet. Okay, und weiter. So, hier müsste aber lang gehen, ne? Ja, das ist... Das war, glaube ich, eine gute... Das ist der richtige Weg. Hier müssen wir lang. Das ist der richtige Weg, Leute. Dö, 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 dö. Okay, wir haben es. Wir haben es. Juhu. Und ein Herzteil. Ist es ein Originalherzteil? Es war ein Originalherzteil, ne? Ja. Okay, cool. Kannst du mich trotzdem wieder zurücksetzen? Cool. Danke. Wow. Hat ja nur 20 Mal gedauert. 20 Jahre. So, okay. Hier haben wir noch eine Höhle. Das kann ich löschen mit den, äh... Mit dem Eisstab, ne? Das ging, glaube ich. Sehr schön. So, was war hier drin? Einfach nur eine Feenquelle. Nebenan kann ich was sprengen. Äh, okay. Ich habe halt keine Bomben. Dementsprechend nützt mir das gar nichts. Ähm. Aber ich markiere es mir hier wieder auf der Karte. Gelb. Let's go. Äh... Gut, Leute. Komm, wir gehen mal in die Schattenwelt. Ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch. Weil ich habe ja am Anfang mit den Hühnern bei dem Spiel, glaube ich, ein bisschen rumgeschnippelt. Rumgeschnippelt. So, schauen wir mal, was wir machen können. Kann ich hier irgendwie nach rechts gehen und... Aber man kann später... Mit dem Schattenspiegel, ne? Einfach die Welten wechseln. Oder wie war das? Hier muss ich auch was sprengen. In der Schattenwelt. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der beste Standort ist, um damit anzufangen. In der Schattenwelt. Wir werden es sehen. Oh Gott. Ja, ein Malmai. Hi. Okay, 50 Rubine. Ah. Ja, ist keine gute Idee. Hier kann ich erstmal wieder abhauen. Oh, ich mache aber guten Schaden. Schön. So, gehen wir erstmal wieder zurück. Hab ich noch Kaffee? Ich hab noch Kaffee. Yay. Okay, Leute. Da haben wir ein Herzteil. Das sind auch noch ein paar Mai-Mais. Mama, 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 Mama. Naja, wir müssen später sowieso die ganze Welt nochmal ablatschen. Bin ich mir fast sicher. Okay, hier gehen wir drüben nochmal in die Schattenwelt rein. Und dann würde ich sagen, reicht es auch langsam für diese Folge erstmal wieder. Hier gab es doch auch irgendwo so ein Schatten-Ding, ne? Oder? Guck mal, hier muss ich auch... Hier muss ich auch was sprengen. Kann ich auch nochmal eine Markierung machen. Hier war glaube ich eins, oder? Jo. Okay, gehen wir mal hier rein. Und, äh, guck ihn mal, ob wir hier irgendwas machen können. Na, da ist ein Mai-Mai, aber das bringt mir aktuell nix. Okay, empty. Hm, hm, hm. Hilfe. Aha. Und wieder ein Monster-Teil. He, 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 he. Zack. Aber wir finden ordentlich Mai-Mai. Das ist doch schön. Ah, so viel Kohle, ey. Wahnsinn. Haben wir alles hinterhergeschmissen. Okay, hier brauchen wir dann die große Bombe. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo genau... Ja, hier brauchen wir die auch nochmal. Wo genau die war? Die war irgendwo linksseitig, glaube ich auch. Versteckelt. Na, 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 na. Ja, okay. Hier ist auch nix weiter. Aua. Gut. Haben wir den Bereich auch erstmal angeschaut. So, theoretisch muss ich hier reingehen und wieder rausgehen. Da wird mir das auch auf der Karte angezeigt. Ja, wo diese ganzen Schlitze sind. Deswegen, ich mach das mal ganz kurz. Rein, raus und dann... Wir sehen mal den auf der Karte. Ja. Hop, 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 hop. Hm, hm, hm. Ja, hier ist irgendwo... Irgendwo ist hier einer. Aha. Und wieder ein Mai-Mai. Mann. Gerade nicht so richtig Fortschritt, ne? Leider. Oh, das ist schön das nächste. Ja, Wahnsinn. Zack. Aua. Wieder 50 Rubine. Immer nur Geld. Keine Items. So, den aktivier ich mal. Den können wir uns auch hier herporten. Bababa. Ich muss den Part jetzt langsam beenden. Ich glaube, wir haben es langsam geschafft, die Originalzeit wieder herzustellen. Ja, den Abschnitt mach ich noch und dann... Mach mal Feierabend für heute, würde ich sagen. Hi. Geht einmal wieder ein. Ist ja unfassbar. Wir kriegen hier nur Kohle hinterher geschmissen. Blööööööööm. Ähm. War hier nicht... Hier war, glaube ich, ein Loch drin, ne? Jo. Dä-dä-dä-dä. Ah, ich kann nicht aufhören, Leute. Ah, ich erinnere mich daran. Ich weiß gar nicht, ob ich da was machen kann schon. Ähm, wollen wir das jetzt noch machen, kommen wir. Ich geh nochmal rein. So. Das ist auch so ein ganz komisches Zeitrennen, ne? Wie war denn das? Ah ja, muss ich mal Step by Step machen. Okay, verstehe. Ah, kann ich hier einfach so machen? Achso. Das geht nicht. Okay, klar nochmal. Ah ja. Ich verstehe das Problem. Ah, nervig. Warum hältst du nicht an? Ich muss immer in die gegenentsetzte Richtung drücken. Nein! Du sollst doch nicht rausgehen. Okay, komm, das machen wir noch. Das machen wir noch, aber danach ist der Part zu Ende, okay? Das ist schon ordentlich Überlänge jetzt schon wieder. Oh, oh Mann. Nein. So. Ja, das war viel zu früh. Ah, ist das kacke. Warum komm ich hier? Ich muss dann von vorne, vorne. Also, wenn ich einmal komplett verkacke, dann muss ich von vorne anfangen. Ist schon mies. Okay. Alter, wie knapp das ist. Ich glaube aber mit Bomben ist das auch einfacher, oder? Weil da kannst du besser timen. Okay. Was haben wir jetzt hier? Okay. Das war... Du stehst im Weg. Wollte ich nur mal sagen. Mann, der steht übelst im Weg. Was? Oh, Leute, echt jetzt? Muss ich um zehn Ecken rennen hier. Ja, das Item ist halt auch einfach nicht gut dafür geeignet, ne? Ey, komm! Das war so knapp. Haben wir es danach wenigstens geschafft? Ist das die letzte Runde? Ich hoff's mal. Da gibt's wahrscheinlich fünf Rubine oder so. Miou. Ach, kacke. Ist schon, äh... Anstrengend. Aber ich glaube, mit der Bombe geht das wirklich einfacher. Wie soll's dir das denn schaffen? Okay, egal. Gut, Leute, wir lassen's erst mal. Machen wir hier auch mit ner Bombe dann. Würde ich sagen. Ich markier's mir mal mit ner Bombe. So. Ich glaub, es wird mit ner Bombe einfacher. Oder vielleicht mit irgendwas anderem. Ich markier's erst mal als Bombe. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter. Beim Alink Batman World's Randomizer. Tschüssi! 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 Tschüssi!